Tritra tolala. Ich kann hier eigentlich rauskicken, wann ich will. Sieht immer scheiße aus. Hier jetzt nicht mehr ganz so gut zu erkennen, die dreilagige Bevölkerung. Hier aber ganz gut noch. Man sieht, da sind immer unten Wolken. Dann sind da drüber nochmal Wolken. Und da drüber sind dann noch mehr sowas wie Wolken. Das kann nicht gut gehen. Das muss Niederschläge geben. Na gut, dann machen wir uns mal bereit. Und die Fenster zu. Tschüss. Ah, jetzt hier nochmal weg. Die dreischichtige Bewölkung. Nochmal sehr deutlich, weil sich die vorderste Schicht verzogen hatte. Ich sprach bereits davon. Aber jetzt sieht man nochmal sehr schön den Aufbau dieser Mehrschichtbewölkung. Die in letzter Instanz ein sehr unangenehmes Wetter macht. Aber darum sieht auch nicht besser aus. Okay, vergessen wir das denn mal hier.